Hallo, es geht noch. Ich bin so ein paar Konkurrenz mit der Kirche in die Fachwahl vor 20.000,000,000. Ich bin so ein paar Konkurrenz, aber ich bin so ein paar Konkurrenz. Also, heute ist es. Heute kommt Karpflin, aber ich bin so ein paar Konkurrenz. mal in der die Werbung eines WSK für den WWE Championship und dem Intercontinental Championship ein Video machen das wird ein vielleicht gut Video, ich hoffe, ich gucke es alle an aber heute, ich möchte nochmal etwas sagen das Video, was wir machen werden wird vielleicht das Letzte sein und ja, das wird das Letzte sein weil keine Ahnung es wird vielleicht das Letzte sein vielleicht, oder ganz vielleicht aber vielleicht wird auch ja, keine Ahnung ich wollte etwas ganz konzentrieren das war okay, das war Super Papa ich lacht mich nicht aus denn ich habe euch etwas noch nachher also was soll ich wieder sagen ich sage es nicht mehr ich sage es nicht mehr ich sage Harry Potter das ist geil, Alter das ist wirklich geil ihr müsst es so kennen das war dass ich die die See you out loud.